Ich lief heute eine PlayStation 5, an dem dein Kind aus der Community aus. Ich bin gespannt, wie er reagiert. Alter, ich bin nur eine Stunde geflogen und es ist einfach viel wärmer hier. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Oder ich muss jetzt erstmal eine PlayStation 5 kaufen. Hallöchen, Moin, mein Bester, ich bringe mir deine PlayStation 5. Du hast die gewonnen. Ich habe das mit deinen Eltern abgesprochen und deswegen bin ich jetzt da. Ich habe eine ziemlich große Reise hier hingelegt. Das ist jetzt deine Budi. Danke.